Jo, und willkommen zurück zum Theater des Schreckens und mittlerweile verstehe ich auch, warum der Name so heißt, weil dieses Theater scheint wohl doch etwas überdimensionaler zu sein. Ah, da ist das Bellfragment. Ich muss es an Bethany nehmen. Nice. Es wird nicht frei kommen. Alle Jagen müssen in Platz sein. Was wohin muss. Ah, das ist sogar richtig gewesen, so wie das aussieht. Hier kommt jetzt das Herz und das Gehirn brauchen wir noch. Okay. Zunge ist schon drin gewesen und Augen auch. Nice. Mehr können wir jetzt hier nicht tun. Deswegen nehmen wir uns mal das hier vor. Die Skälen des Mott sind damals das Herz derjenigen, die in die Nachwuchs entstanden sind. Sie sehen nicht so gut. Beleicht. Näher, aber noch eine andere sollte beleicht. Da. Beleicht. Das ist das Artefakt, das Colvis zerstört. Das Habsburg-Kübe. Wie ist es hier runtergekommen? Das Kübe ist möglich, selbst wenn es verabschiedet wird. Wie sieht hier alles gerade so hell aus? Du hast das Glockenfragment gefunden. Du hast es. Der verabschiedete Belschard. Ich muss zurück in die Tauern und es, wo es gehört wird. Okay. Hier können wir auch im Moment nichts tun. Was war da? Keine Ahnung. War da irgendwas? Das war unsere Supergabe für. Komm, jetzt geht's zurück. Wir müssen jetzt erstmal wieder nach oben. Ja. Ja. Ähm. Puh. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Hier. Jetzt müssen wir noch weiter zurück. Noch weiter zurück. Noch weiter zurück. Aber wir müssen nach oben in den Glockenturm. Ach du Scheiße, wie sieht die denn aus? Ja, die sieht ein bisschen scheiße aus. Okay. Ähm. Hier kann ich nichts machen. Nein. Wir müssen jetzt zur Krypta. Wo, 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 wo kam man da hin? Wo kommt man jetzt zur Krypta nochmal? Scheiße, ich hab das schon wieder vergessen. Kann ich immer noch nicht. Ich kann nicht die Glyphs auf dem. Ja. Ich weiß. Können wir jetzt weiter. Wo war der Scheiße denn? Nein, da nicht da lang. Hier lang. Okay. Okay. Die Glyphs. Ich kann sie verstehen. Die Glyphs. Ich kann sie verstehen. Die Glyphs. Ich kann sie verstehen. Es sagt, die Glyphs. 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 Okay. Ähm. Anbau. Wo war denn der Anbau? Ah, shit. Geflügelter Skarabeos. Den finde ich doch wieder überhaupt nicht. Garantiert nicht, weil ich den letztes Mal auch schon nicht gefunden habe. Hase. Och, komm. Muschel. Fehlöwe. Ne, wirklich sehr. Doppel-Axt. Das ist eine einfache Axt. Komm. Komm? Komm. Keine Ahnung was. Heilskette, Pilz, habe ich gesehen. Frage+, keine Ahnung. G cancers. Äh... Wo ist denn hier ne Fee, bitte? Erzähl mir da mal. Wo soll hier ne Fee sein? Das war der Kamm. Gut. Das ist keine Fee, das ist keine Fee, das ist ein Wasserhahn. Das ist keine Fee, das war die Halskette. Das ist Fragezeichen. Ähm, was suchen wir noch? Eine Fee? Ich check das nicht. Wo soll denn hier eine Fee sein, ey? Fee, Muschel, Hase, Geflügelter Skarabeus. Das ist der Hase. Ähm. Ähm. Da ist die Fee. Muschel und Geflügelter Skarabeus. Ach, komm schon. Muschel und Geflügelter Skarabeus. Ich seh nichts davon, ich nehm mal einen Eben-Tipp. Da ist der Geflügelter Skarabeus. Und jetzt noch eine Muschel. Komm schon. Eigentlich nicht so schwer, eine Muschel. Würde ich mal überhaupt nicht so schwer zu finden. Aber für mich offensichtlich schon. Denn ich seh's nicht. Sie nicht. Keine Ahnung. Tipp. Da ist sie. Nein, Gott, scheiße. Aha. Noch so ein Stern erhalten. Ähm. Da unten war definitiv irgendwas. Aber das ist dumm, dass ich da zuerst hingehe, weil da muss ich später nochmal hin. Eigentlich war das jetzt ziemlich blöd. Ach ja, da ist ja auch noch eins. Der VIP-Raum. Egal. War zwar nicht besonders clever. Aber egal. Es sagt, das Recht zu erinnern, dass Fates alignen würden. Meinen würden sich zwischendet werden. Wenn du das sagst, dann ist das bestimmt so. Jetzt muss ich aber erstmal wieder zurück. Wenn du das sagst, mit diesen Plakken kannst du die Familie wiederumreißen. Die Noten bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wofür die eigentlich sind. Jetzt jocke ich mir erstmal wieder nach oben. Weil ich so clever bin. Und die Folge ist schon wieder eigentlich zu lang. Eigentlich wollte ich die gar nicht mehr über 10 Minuten machen, aber ist egal. Vielen Dank für die Zuschauer. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir werden weiter nach den Dingern suchen. Und bis dahin. Vielen Dank und schossen.